Herr Wildauer Hahn von ZAYO, mächtiges Dänese Leder, wird mir das schneller machen. Das macht ihr ganz sicher schneller, weil es also hervorragend passt. Und zwar ist das die Dänese Laguna Seca Evo Pro in der Estiva Ausführung. Das ist gelocht im Brustbereich und an den Oberarmen. Das wird dann 2% gut kühlen, wenn es heiß ist. Es hat einen ganz mächtigen Röcker, es ist eine hervorragend passende Racing-Kombi, mit sehr viel Stretch einsetzen. Es ist auch vorbereitet für die Dänese Stiefel, die man unter dem Leder tragen kann. Das ist sehr bequem und das würde ich auch hier empfehlen. Dazu den Manis Rückenprotektor, der sich schon im Sackerl. Somit wünsche ich viel Spaß damit. Und das heißt, ich muss mich nicht von Stürzen fürchten. Ganz im Gegenteil, ihr könnt es sich darauf freuen. Herr Lichter, ich habe gesehen. Herr Lichter, ich habe gesehen.